Intro So, hallo und alle zu einem neuen Video. Euer Gurkensalat ist wieder am Start. Ihr seht es im Chat. MVP plus Gurkensalat. Okay, ich bin geteilt. Ich bin jetzt genickt hier auf dem Server. Und ich dachte, ich mache heute mal einen weiteren kleinen Weihnachtsspielmodus. Und zwar Santa's Ace. Und da müssen wir Dinge tun, die uns vorgeschlagen werden, so schnell wie möglich. Und wer es zuletzt schafft, hat verloren. Santa's Ace ist hier dieser Spielmodus auf Hypixel. Und ja, in sechs Sekunden geht es los. Ich habe gerade einmal eine Runde gespielt, war ganz witzig. Und warum nicht? Santa sagt, sowas wie Gomme sagt, ne? Enter the Nether Portal. Lass mich inside ins Portal rein, ohne mich runter zu kicken, bitte. Ihr successfully finished the game. Rudolf ist red, shiny nose. Wo ist er? Okay. Rote Nase muss ich anbringen, weißt du, die Spieler blockieren einen halt, ne? Don't get killed by the zombies. Nein, ich bin auch runterge... Lol, Zweiter geworden. Äh, get in the bed. Up ins Bett. Warte immer nicht viel Zeit, ne? Shoot yourself with an arrow. Okay, ich habe auch schon erfolgreich. Okay. Not by looking up and down. Okay, habe ich auch erledigt. Shovel the most snow. Ja. Zweiter bin ich geworden. Okay. Spin around in full circle. Okay. Okay. Ach so, hast du in den Dreh, oder was? Jump down the chimney. Oh Gott. Den Kamin hüpfen. Halt aus mich rein. Okay. Habe es geschafft. Don't get killed by the TNT. Steht denn ganz gut. Throw diamond to a player. Okay, habe ich geschafft. Open a present under the tree. Müsst ihr eigentlich auch hingekriegt haben eben. Okay. Put leather leggings on the armor stand. Okay, warte, 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 warte. Okay, habe ich geschafft. Leider nicht Erster geworden. Feed both sheep. Oh Gott, hier. Habe ich. Müsste ich ihn gekriegt haben. Give Santa milk and cookies. Hier, komm. Nimm den Keks. Nimm die Milch. Habe es geschafft. So. Game over. Oh, schade. Ich bin vielleicht. Zwölf Punkte habe ich. Und 15, 15, 13 wären die eher der erste Platz geworden. Das Game geht so schnell vorbei. Ich mache noch mal eine zweite Runde, weil das war ja echt fix hier. So, nächste Runde. Nächstes Glück. Vielleicht bin ich jetzt mal in die Platzierung mit drin. Was für Aufgaben sind. Sieh es mal. Don't stand on the mossy cobblestone. Ups. Der ändert sich ja. Remove the poison effect. Okay. Ich will mal neue Aufgaben. Climb to the middle. Hey, ich bin runtergeworfen worden. Oh, lol. Hä? Ist aber unsichtbar alles. Punched most of the tall grass. Okay. Finish the game. Throw snowballs at all the other players. Okay. Look at the player's head. Wat? Gib dem Milk und den Cookies. Ja. Weil die Eile sind immer anders einsortiert im Inventar. Place a beacon on top of a pyramid. Ja, was wir schon gemacht haben eben. Finish the game. Craft a bowl. Hier eine bowl. Crafted. War ich recht fix? Bin zweiter geworden? Okay. Stand completely still. Da musst du halt wissen, was es heißt, ne? War voll geil. Spin around in a full circle. Wie jetzt? Okay. Hab ich schon. Hab ich sogar schon fertig geschafft eben. Ja. Extinguish es auf. Ja. Ich hab mich doch schon längst gelöscht hier. Build an Iron Golem. Hups. Sehr gut. Hab einen. Ich glaube, ich hab einen anderen blockiert. Shoot your stealth with an arrow. Ich hab's gar nicht geschafft. Remove the coal from your inventory. Ja, hab ich raus. Ich muss halt wissen. Muss halt Englisch können, von daher. Game over. Und ich... Ah, ich bin schon locker lange nicht reingekommen. Das ist... Ah. Ich glaube, ich hab mal nicht alle Dinge gezeigt, die drum vorkommen können. Ich würd vielleicht noch ein Röntchen dranhängen. Bis gleich. So, es geht wieder los. Komm schon. Come on. Wahrscheinlich muss... Open a present under the tree. Sehr gut. Zweiter. Muss halt immer super schnell reagieren, was da abgeht. Kill it. Ah, kill it chicken. Hier, chicken. Hier ist noch ein chicken. Hallo? Ich kann's nicht schlagen. Schade. Gefailt. Ich hab... Ich hab ein... Ich hab ein anderes Tier halt schon erwischt. Deswegen. Collect as many ornaments as you can. Okay. Ich bin erster geworden. Grow a tree. Ja, hab ich. Problem ist halt, die anderen Spieler blockieren einen. Ansonsten... Don't stand on mossy covels, so... Ja, ich hab's geschafft. Ah, climb to the middle schon wieder. Ey, die anderen Spieler, die nocken mich halt runter. Das ist das Problem. Ja, da komm ich nicht dran. Get yourself to full half. Hallo? Der ist schon fertig gewesen, WTF. Build an Iron Golem. Hups. Ah, der wird verkackt. Ich hab... Ich hab gleich schon verkackt. Ne, ich hab's ja noch geschafft. Gab noch einen Punkt gerade so. Keep punching the dragon egg. Ja, schön. Es ist schon weg. Der erste, der es gedrückt hat, hat's wegbekommen, oder wie? Ja. Stand completely still. Meine Lieblingsaufgabe. Können einige nämlich nicht. So. Remove the coal from your inventory. Hups. Diesmal war ich aber erst da jetzt. Don't get killed by the TNT. Hier hinten gibt's so ein Eck. Hier kann man stehen. Ohne, dass man allzu oft getroffen wird. Dritter bin ich geworden. Put the golden helmet on the armor stand. Hab ich. Zweiter. Enter the nether portal. Schon wieder. Ah, Gott. Game over. Ich bin schon wieder nicht ein Highsgoldist. Ich bin Vierter geworden, oder so. Weil 13 hat der andere ebenfalls noch gehabt. Egal. Ach. Na gut. Das Spiel ist nix für mich. Ich bin nicht schnell genug. Ich kann zwar Teil der Folge erzielen, aber es reicht nicht für den Win. Egal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Moment, Moment, meine Freunde. Ich hab nochmal eine Runde eben gespielt. Und ich hab tatsächlich gewonnen. Das kann ich noch mit reinbasteln. Und, äh, ja. Mein Erfolgserlebnis würde ich gerne noch teilen. Also deswegen kommt das hier noch mit rein. Okay. Nächster Versuch. Nächstes Glück. Frage ist nur, ob es diesmal was wird. Komm schon. Top-Liste. Äh, wieder mit Schnee irgendwas? Ja, ich hab ihn angezogen. Sehr gut. Don't stand on the ice. Wenn es ändert sich gleich. Successfully finished. Okay. Slap a player with a fish. Ich glaub, ich hab auch Zweiter eben geworden. Ähm, drink the eggnog. Eggnog. Da. Muss er erstmal schnell lesen können, so schnell wie es geht. Bounce as high as you can. Hold sneak. Ja. Was? Erster? Jump down the chimney. Dritter. Open a present under the tree. Müsste ich haben. Eat mushrooms stew. Halloy. Musste halt erst noch die Kuh melken. Curl the zombie villager. Kann ich nicht... Okay. Hab's geschafft. Erster, was? Play a song with a note blocks. Toller Song. Collect as many von den Dingern, wie du kannst. Give Santa milk and cookies schon wieder. Ach schon. Trink die die Milch. Jump off the platform. Ja, ich bin jetzt mal gut dabei. Dritter. Get in the bed. Distinguish yourself. Ja. You won. WTF. Ich hab gewonnen. Jawohl. 17. Er läuft. Bin zufrieden. Boah. Sehr gut. So, jetzt aber. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.